LoL Ich bin aber down Ich bin down Ja, willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 3 Multiplayer Heute mal aus meiner Ansicht Tores am Start hier, ne? Und ich bin Squad Deathmatch auf... Was ist das hier? Großer Bazaar, ne? Äh, warte mal, ich muss mal ESC drücken Großer Bazaar Ja Gut Gucken wir mal hier, wo bist denn du? Ja, wir haben grad die Führung verloren Aber das ist Hardcore, kann das sein? Ach, Hardcore, aber Hardcore, naja Ja egal, ich will trotzdem Ich will doch mal angeseiden zeigen, als wir in Nordstadt TDM, Softcore LoL Oh, der hat immer alle weggerottet Ich gucke euch mal wieder, ne? Das ist natürlich nett So, den ankrieg ich nicht wieder, doch, hab ich auch So, wo war der? Hier in die Ecke, oder was? Oh ja, da sind wir gerade Flo, Alter, wie schnell wir hier sind Einen hab ich geholt Einen hab ich geholt Einen hab ich geholt Ach, hier ist ja auch keine Munitionsanzeige, Alter Fack, ey Wir haben mehr? Ich hab das Team bestossen, alles, ne? Ja, ja Ich hab ne... Ich hab ne eigene Granate LoL LoL, ich hol hier Hey, halte durch Es steht auch zusammen Wir haben hier Wie sie alle im Sieg steht von mir und unserem Team auch Alter, ich bin tot Kannst du mich holen? Kevin? Ja, ich mach... Ich lebe grad wieder Okay Aber die Stände haben die Doch, wo hinten, wo hinten, wo hinten Alles down Dürfen wir den Patzer hinten benutzen eigentlich? Ja, klar Das ist korrekt Das ist ja irgendwie Infanterie ohne die ist, oder? Das wird dann auch sein So Nein Verweggesnackt Wo hinten kam welche? Die laufen noch auf dem Abplatz rum Von Abmien ausgeschaltet Super Hast du gemacht? Ja, während, während ich auf dem Gegner hab, ich weiß nicht, wer von Abmien ausgeschaltet Einen lange Du hast ihn gemacht, hast du eigentlich verbots gemacht? Nö Ich hab mit der Apps für 1000 Gegner gekillt Und ich hab einen Granatenkill gemacht, wenn das verboten ist, dann weiß ich auch nicht Granats verboten? Weiß ich nicht Ich wurde von Abmien ausgeschaltet Keine Ahnung Ja, um die Ecke ist, das ist ein Mongo Warte mal, da halt ein Locker Nice down Spielst du mit Medikit? Ja, klar Schmeiß ich meinen Sinn Warte mal, wo ist denn da? Hier, bestimmt Ich hol mal Kollegen wieder hier, ne? Wo sind die alle? Hier, in der rechten Ecke Ja, hier ist keiner Ja, jetzt hier links Doch, hier da, ja, das wollen sie Oh, hier da, ja, das wollen sie Voll in der Ecke, ey Ne? Da ist man weg Medisch, passen wir eine Nade rein Alter, sind da viele Boah, wie schnee ich denn down, ey Sind wir da? Haben wir da? Haben wir eine Nadekill, gill? Wenn ich tobel, nehme ich auch mal den M320 raus und packen mir die Kill rein Bin down Achso, oh Granaten sind nicht erlaubt, was? Revive ich mal Keine, achso, keine Granaten Ne, ich bin tot Wir dürfen meine Granaten benutzen Wusste ich nicht Wo ist das? Ne, ne? Achso, wir müssen das jetzt, wir jetzt müssen schlafen Lebst du noch, ja, ne? Ja So, dann gucken wir mal, ob da welche noch sind Oh ja, da hinten sind welche Ich hab ihn Ja, ich wurde geteamt killed Ja, ich hol dich wieder Oh, ich bin wieder tot Ja, ich hol dich wieder Ja, ich hol dich wieder Ja, ich hol dich wieder Alter, ey Das ist wieder tot, ne? Hey Okay, ich muss nur kurz mal hinlegen Hörst du mal ausruhen? Ich bin direkt vor dir, vor dir, nicht auf mich schießen Ne, 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 ich fass ihn auch Nein Leut Er hat's beide umgeschossen Was hast du denn? Da hat er einen Aimbot drauf Ah, AK Brand Achso, das ist ein Admin sogar Ich finde da hat einen Aimbot drauf, hab ich gehört Ja, das glaub ich auch Ja Uns kann man, uns kann man ja nicht anders killen Also wenn mich killt, hat ein Aimbot drauf Ja, das muss ich auch grad sagen So, ich hab jetzt auch mal ein Medi-Kit mit M320 darf man hier wahrscheinlich je nicht benutzen Ich glaub ich bin mal ein bisschen weg So, dann den Admin hab ich Oh, der schießt wieder Den hab ich nochmal Und nochmal Ja, ich hab den 3 mal in der Mitte Wir mischen unten Brad am Brand Team Monster Brand Team Monster LOL Ich bin aber down Ich bin down Ich bin jetzt schon wieder Ich bin hier gespawnt Bisschen langer Aber ich stehe den Gegner vor mir Ja Ist halt ne Kackwurst, ne? Ja, er ist ne Kackwurst Ja Pfff Alter, für Tickets oben sind wir Das sind 500 Tickets Team Westmash Alter Ne, wieso? Weiß ich nicht Ne, 400 Tickets oder so schätze ich mal Ne, 200 ist das doch nicht Guck mal, guck mal Die haben halt 50 dort Und haben schon ein Viertel des Balkens Das sind 200 Das sind 200 Äh, naja, ich weiß es hier nicht Ich tipp 200 Oh Gott, hier sind Gegner Wuh Ah ne, ich mach wieder Granaten Ich darf auch keine Granaten Ich darf auch keine Granaten Ich hab... Noi, ich hab mich aber gekickt Ich kann wieder nach Ja, Pay Massara kickt vor Explosive Abuse Ja Ich hab's grad noch gesagt Ich darf keine Granaten schmeißen Ich schmeiß die irgendwo in die Valapapa, ne? Ich hab mich echt von der Valapapa gekriegt Und ich werde... Oh Mann Und ich werde... Alter, grad im C2 jetzt noch gar keine Kommst du wieder rauf, oder wo ist du gebannt? Ja, ja, ich komm wieder rauf Ja, ja, ich komm wieder rauf War mal ein bisschen arschig jetzt, ne? Da steht doch nirgends um das Server beschreibt, oder? Doch, da steht nur um Explosive Okay Na, wir werden vielleicht mal lesen, nächstes Mal Nächstes Mal Nächstes Mal sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr... Nebeschreiben Eventuell... Nein Ventuell ist leicht Möglicherweise Wenn Pärs uns vorliest Boah, der hat mir jetzt schon großer Wolle sagen Ja, das müssen wir wieder aufholen Selbst lesen können wir ja nicht, Tore, wir sind doch Gamer, wir sind doch so doof, weißt doch Ja, genau so Oh Boah, wie... hoffentlich bin ich wieder... Alter, ich käme mir auf den BF3 uns gar nicht mehr aus, ey Geh grade großer Basar, eben überhaupt nicht mehr So Ist schön, dass wir die Finger von G nehmen So Ja, ich hab mir auch schon angerwöhnt gerade Ja Ja, das waren zu viele Auf die F3 die Schmierde... Ja Ja, da bin ich los LOL Oh, ich darf die nicht mehr LOL Ich... ich... ich die Aufmitte vorum gebummst von wo war die nicht Ja, Typ 8 macht sie LMG, der schimmelt dahinten Ne, M249 ich auch ich bin auch gespawnt ja ich auch den neko, was ist er denn für einer, wieso brauche ich denn direkt neben den den neko und ein 8-7 ey warum muss ich denn 15 minuten nach oben legen, wir sind in dem spiel alle tot ja, wir haben eigentlich den besten squad wo gibt er boah wenn der nur explose ist, dürfen wir nicht mehr in den Panzer nehmen was soll das denn was sind denn teamkiller ja ich steh voll und da war kein gegen in der nähe und da schießt man mal der heizt sich einfach um, naja guck mal wer wird hier für explose wird man nie gekillt ne, wenn ich einen granaten kill mache aber wenn ich jemanden nicht ein team kill, der wird nicht gekickt ich hab auch immer ein team mit angeschossen, ich weiß ob der es war aber alter, lol ich krieg Warn-Hit joh, no spawn killing, siehst das du orden? oh, Tore er hat keinen gekillt das ist Gewohnung man, wieso da wird, lol, hier Gewohnung? gewohnung, äh, gewohnung äh, Gamer ich glaub den kann ich in die granate schmeißen, was ist das für ein wixen eigentlich muss ich 10 sekunden warten bis ich spawnen kann hier, wo du verarschen lol, der Panta fährt du hast schon den finger mal auf G, du schmeißt die granate, das ist einfach einfach so drin ich will schon wieder in die granate schmeißen, aber ich darf den nicht hä, oh man, ich komm in die Ecke, das ist sofort umgebummst bei Hardcore, das ist von Arsch lol hier sind wir hier dran, hab ich, wow wo ich den voll umgeblasen hab, gar mehr gekillt oh man ich hasse Hardcore, muss immer so lange warten guck mal wie oft ich den getroffen hab, das wäre bei Hardcore sofort ein Kill eigentlich der Hardcore war noch viel weniger Leben eigentlich, ich hab das mal so verstanden ja, ich wohb von der granate gekillt we are told one hit, Mr. Trader Joe ja, der wurde auch gekickt für die granate oben, siehst du im Chat echt? ja, verdient der hat mir aber nicht mehr granate gekillt, der hat mir aber nicht mehr granate gekillt, aber der hat mir immer auch der ist mit einer M603, kick one hit, platzsch tot also sind ja Hild viele, sind ja Hild viele zweimal Hilfe bei Kill, also einmal 97, einmal 91, super ja, ich hab einmal eine Kugel gegeben du bist so ein Clown, ey ich will ja nicht riechen, dass du es übernehmen willst mhhh und im Minimap ist auch schon irgendwie, ne ungewohnt du bist Provo 4 ungewohnt so, ich rapp dir jetzt geht gar nicht von hinten ich bin jetzt einfach komplett außen rumgelaufen ja, ich bin hinter dir ja, gut, komm rapp dir jetzt richtig hart ah, der Tank steht hier, schießt sie? der ist auch da ausgestiegen guck mal, das ist mein erster schon, aber da ist irgendwo noch einer, glaub nein, ich bin fast tot, ich bin da na, ich hab einen mitgenommen come back 60 alter, dieser Tip 88 wird mich schon zweimal gekillt ich hab den Tankfahrer, glaub ich, gekillt der Tank fährt doch wieder wie lange man immer rumliegen muss noch, ne? oh, wieder, ey, muss spawnen, sind die alle tot alter wir haben den schlechtesten Squad ja, wer bei uns im Team hat, der hat gleich schon versagt ja, gerade mit Graf nicht dabei bin, wir haben schon mal alles verloren wer beschießt mich hier wieder ich bin nicht beschossen natürlich warst du das ich hab die Scheibe gemessert ich hab damage bekommen wie schießt du mich denn? du holst mir auch wieder wie Felix wieder ja, ja, geht doch Alter, das waren zwei Kugeln, ne? Gegner, den Gegner sind mir da auch immer so schön umfallen, ey ich holte mich auch gefälligst wieder ja, mach ich doch Punktefarm Punktefarm, kriegst du auch so viele Punkte für den Teamkill ja, hunde ne, wieso, wenn ich dich wiederhole, kriegst du auch noch 10 Punkte nicht ne, kriegst du noch nicht echt nicht, ach so ich dachte, da kann ich nicht eigentlich umschießen, wiederholt umschießen, wiederholt ich glaub nicht jetzt wollen wir noch mal härter von den Rape losste ne, ich leck sie von vorne ab ne, im Tank ist wieder einer, der wird ihn wieder rumschießen ah, wieso schießt der Tank denn schon wieder? ja, im Tank schießt mich ne, ach so, der Beifahrer schießt den Tank, hast du, das fehlt ist ja gemein hat der überhaupt nen Beifahrer? ja, muss ja der Beifahrer, ich bin wieder da unten übrigens der Beifahrer hat ganz normal rumgeschossen wir spawnen bei einem, der... wir wissen, was ich für den Score hab, ein richtig schlechten jedenfalls ich will mir auch gar nicht wissen obwohl, grade hab ich 3, 3 oder 4 Kills gemacht ja, ich hab nen 10-2 gehabt und wurde gekickt wegen der scheiß Granate da wegen die scheiß Granate wegen die scheiß... ja, ich krieg wieder One-Hit, G8, One-Hit, was ist denn das? hat schon, ne? das ist ne größte Scheiß... ja, aber trotzdem ich schieß kann aber... oh man, alter ich hab'n 16 auf den geschossen und der gewinnt face to face bei dem Gegner hat einer 44,9 ja, ey kann mich mal im Arsch lecken, ey oben im Shirt, aaah, keine Ahnung mehr ach so, da oben stehen wir schon ne, das ist ja so'n Typ mit nem LMG, der ist auf dem Dach ja, auf den schieß ich grade jetzt liegt Otten auf dem Boden, Tore, Otten oh ja, sieh'n, warte ich bin tot ich wurde gekillt ich hab'n immer wiederbelebt ja, hab'n immer gewollt ja, bei BF3 werd'n immer wiederbelebt, ey ja, das geht ja, jedenfalls geht das hier mal bei BF4 geht's nicht mehr so gut ne, ist doch, da, da belebe ich auch nicht mehr so viel wie du siehst, du 150 Tickets von Otten mal guckst na, stimmt, was recht ah, da sind hier viele, sind hier viele? boah, man, was ist die Farbe denn? weil wo denn? ja, ich schieß die von hinten an und in der enge Million dreht sich die um einfach mal was halt irgendwo wirst du nicht mehr ne Minimap wieso, weiß ich denn nicht der hinter ihm laufen ja, der kann's einfach so da hat er sein, äh sein 70.1 HZ und dann hört er alles ja, wenn ich 20 Meter hinter ihm lauf glaub, das hört man eigentlich nicht so geil ja, da hat noch ein Verstecker drauf wieso, ja, der für'n Hetz auf'n Kopf, ey der hört dich schon mal ne Spawns so schön so groß wie ein Autoreifen, aber ja, ich stelle ja echt bevor wir das so mega Hetz auf'n Kopf wie so'n Autoreifen am Ort hehehehe der hört dich schon mal ne Spawns oh ja geh doch mal drauf da vorne nein, zu einer Seite ah, end's schon wieder der ich bin Google und Luca der hat Google glärt, jetzt dem wird ne Minimap eingeblendet oder so, ja okay, wir sind's down lassen ja, sag ich alter, in unserem Squad alle fast alle negativ der eine knapp positiv ja, ich sehe mein Squad auch nicht ich mein auch nicht, zum Glück bin ich auch einfach scharf drauf nö, das stimmt, das bin ich auch nicht da hinten ein Stein an der Ecke war auch wieder mal 50 Schüsse besser down ist ja, ich kriege One-Hit, KH 2002 One-Hit, klar hier vom Admin Brand, oh man oh man Brand Monster A der AK-Typ, ja was hat er, was hat er für den Score 32,12 hat er klar ey ja, wir haben ja wohl knapp, knapp verloren ne ja, Adler Hohner wurde ja nochmal spannend ja geh echt noch mal 50 Tags was ist denn mehr alter, ich spawnen ja, Mr. Trader Joe der ging mir auch ganz auf den Keks der hat letztens vor 58,9 mich zu verarschen ja, hammergeile Runde ja, das war's dann wohl wir brauchen, wir brauchen, dass wir den Endscore haben ja, ich bin mal gespannt da, voll negativ ich sehe das jetzt nicht ich kann den nicht sehen ich auch nicht ist aber mega geil ja der ist schlechter als der mit 9,16 die, äh, die Zuschauer, die hier gut zurückgeguckt haben die können immer nachzählen von mir ich kann mein Score nicht mehr sehen echt nicht ich kann nicht mehr doch da, 10,12 mhm, okay wer hat 10,12 ja, wir haben beide 10,12 naja, ich hätte schlechter gedacht ja wo kannst du denn sehen? ach da, stimmt ja gut dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in einem nächsten Video von Battlefield 3 Multiplayer oder 4 oder 5 oder 6 und bis dahin tschüss oder 10 elf elf auf 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 auf